Hier Ortsausgang. Sieben Bäumen. Schönste Natur. Super. Alles klasse hier. Oh, was ist das denn da hinten? Da schauen wir uns mal an. Witten in der Natur. Hier, die Diktatur des Proletariats. Sie sind noch dabei. Kommt Eisen rein. Wahrscheinlich Betonsohle. Direkt in die Natur. Das war's mit der Schweinestall Report 2012.